G.M.Factory präsentiert Clark Ashton Smiths gesammelte Erzählungen Gelesen von Gregor Schweitzer Clark Ashton Smiths gesammelte Erzählungen erschienen im Fester Verlag Bosdorf bei Leipzig aus dem amerikanischen von Malte S. Sempton Die sieben Bann-Gelübde Der edle Fürst Ralibawus, oberster Gerichtsherr von Komorium und ein Cousin dritten Grades von König Humquat, war mit sechsundzwanzig seiner kühnsten Gefolgsmänner aufgebrochen, um jener Art Wild nachzustellen, die in den schwarzen eiglofischen Bergen heimisch war. Die riesen Faultiere und großen Vampir-Fledermäuse des Dschungels, den sie dabei durchquerten, überließen sie ebenso wie die kleinwüchsigen, aber angriffslustigen Saurier weniger kühnen Jägern als Beute. In einem Eilmarsch hatten Ralibawus und seine Männer die Strecke zwischen der hyperboreischen Hauptstadt und ihrem angestrebten Jagdgrund an nur einem Tag bewältigt. Dann waren die glatten Steilhänge und abweisenden Felshänge von Wormithadret, des höchsten und eindrucksvollsten der eiglofischen Berge, über ihnen in den Himmel gewachsen. Und als die Sonne am Nachmittag von ihrem Thron herabstieg, keilten finstere, schlackebedeckte Felszinnen ihre blutende Scheibe zwischen sich ein und verstellten den Ausblick auf die lodernde Pracht des Sonnenuntergangs. Ihr Nachtlager hatten die Jäger im Schutz der untersten Klippen aufgeschlagen. Während sie abwechselnd Posten schoben und ihre Wachtfeuer mit abgefallenen Ästen anfachten, hatte ihnen unaufhörlich das wilde, hundeartige Geheul in den Ohren geklungen, das von den furchtbaren Höhlen zu ihnen herabdrang und von den Wormis stammte, jenen halbmenschlichen Wilden, nach denen der Berg benannt worden war. Zwischendurch vernahmen sie das Röhren einer von den Wormis gehetzten Basilisken-Gemse und einmal sogar das mörderische Knurren eines gestellten und besiegten Säbelzahntigers. Raleigh-Bawous deutete diese Laute als ein vielversprechendes Vorzeichen für das Jagdvergnügen des kommenden Tages. Er und seine Männer erhoben sich zeitig. Zum Frühstück zehrten sie von ihren Vorräten an getrocknetem Beerenfleisch und tranken dazu einen dunklen, herben Wein, der für seine stärkende Wirkung geschätzt wurde. Als dann begannen sie unverzüglich mit dem Ersteigen des Berges, dessen weiter oberhalb gelegene Felswände von den Höhlen durchbrochen waren, in denen die Wormis hausten. Raleigh-Bawous hatte diese Geschöpfe schon früher gejagt und ein besonderes Zimmer seines Hauses in Komorium war mit ihren dichten und zottigen Fällen ausgeschlagen. Sie galten allgemein als gefährlichste Spezies der hyperboreischen Tierwelt. Aber auch ohne einen Zusammenstoß mit den Bergbewohnern war schon allein das Ersteigen des Wormithadret eine kühne Tat, die mehr als das übliche Ausmaß an Gefahr bereit hielt. Raleigh-Bawous jedoch, der einmal Geschmack an dieser Art von Abenteuer gefunden hatte, gab sich seither mit keiner geringeren Herausforderung mehr zufrieden. Er selbst und die ganze Jagdgesellschaft trugen schwer an ihren Waffen und der Gebirgsausrüstung. Einige der Männer führten Seilrollen und Wurfhaken mit sich, die beim Überwinden der steileren Felswände helfen sollten. Andere schleppten schwere Armbrüste und viele trugen Pieken mit langen Schäften und gekrümmten Säbelartigen Klingen, die sich erfahrungsgemäß im Nahkampf gegen die Wormis besonders bewährten. Der ganze Trupp war reichlich mit diversen Reservemessern, Wurfspießen, breithändigen Krummsäbeln, Keulen, Dolchen und gezähnten Äxten versehen. Alle Jäger trugen Hosen und Wämser aus Dinosaurierleder am Leib und an den Füßen Kletterhalbstiefel, deren Sohlen mit Nagelspitzen aus Bronze beschlagen waren. Raleigh Babous selbst hatte ein leichtes kupfernes Kettenhemd übergeworfen, das ihn so geschmeidig umschloss wie ein Gewand aus Stoff und seine Bewegungsfreiheit nicht im Mindesten beschränkte. Außerdem trug er einen Faustschild aus Mammuthaut mit einem langen Bronzestachel in der Mitte, der als Stoßwaffe gebraucht werden konnte. Und weil er ein Mann von mächtiger Statur und Bären stark war, hing um seine Schultern und an seinem Waffengurt noch ein ganzes Arsenal weiterer Kampfwerkzeuge. Der Berg war vulkanischen Ursprungs, doch galten seine sämtlichen vier Krater inzwischen als erloschen. Stundenlang mühten sich die Kletterer an den bedrohlichen Steilhängen aus schwarzer Lava und Obsidian hinauf. Mit jedem Blick nach oben sahen sie die senkrechten Höhen endlos weit in einen wolkenlosen Himmel entschwinden, als sollte keines Menschen Fuß sie jemals erreichen. Weitaus schneller als sie selbst stieg die Sonne empor, strahlte sengend auf sie nieder und erhitzte das Felsgestein, bis die Hände der Bergsteige sich daran verbrannten wie an Ofenwänden. Aber Raleigh Bawus, der seine Waffen endlich in Blut tauchen wollte, gestattete weder Rast noch Ruhe in den schattigen Klüften oder unter dem kargen Schirm der vereinzelten Wacholderstrünke. Doch wie es schien, waren die Wormis an jenem Tag auf dem Berge Wormithadrit nicht im Freien anzutreffen. Zweifellos hatten sie während der Nacht, als ihr Jagdgeschrei in den Ohren der Komoria gegellt hatte, zu üppig geschlemmt. Es mochte sich als nötig erweisen, in das Höhlenlabyrinth der höher gelegenen Steilwände einzudringen, eine Vorgehensweise, die selbst einem so abgebrühten Jäger wie Raleigh Bawus nicht allzu verlockend vorkam. Nur wenige dieser Höhlen waren einem Menschen ohne Hilfe von Kletterseilen zugänglich, und die Wormis, die eine geradezu menschliche Arglist besaßen, würden Felsbrocken und lose Steine auf die Köpfe der Angreifer hinabschleudern. Die meisten Höhlen waren eng und finster, was die Jäger, die sich hineinwagten, sehr in Nachteil setzte. Und die Wormis würden blutigen Widerstand leisten, um ihre Jungen und ihre Weibchen zu schützen, die in den Tiefen des Höhlensystems lebten. Dabei waren die weiblichen der Wormis, falls überhaupt möglich, noch wilder und bösartiger als die männlichen Exemplare. Dergleichen Dinge erörterten Raleigh Bawus und seine Mitjäger untereinander, als der Aufstieg noch mühsamer und waghalsiger wurde und sie hoch über ihren Köpfen die ersten schartigen Öffnungen der tiefer gelegenen Höhlen erblickten. Es gab Berichte über tapfere Jäger, die diese Höhlen betreten hatten und nie zurückgekehrt waren, und manches Gerücht ging um über die abscheulichen Frissgewohnheiten jener Wormis und über das, was sie mit ihrer Beute anstellten, sowohl vor deren Tötung wie auch danach. Auch munkelte man viel über den Ursprung der Wormis, die nach landläufiger Meinung der Vermischung von Menschenfrauen mit gewissen scheußlichen Geschöpfen entstammten, die in grauer Vorzeit aus einer dunklen Höhlenwelt tief im Schoße des Wormithadrid hervorgedrungen waren. Irgendwo unterhalb seiner vier Vulkankegel hauste den Legenden zufolge der kriechfüßige Unheilsgott Tsathogwa, der wenige Jahre nach der Erschaffung der Erde vom Saturn herabgestiegen war. Und während ihrer Kulthandlungen vor Tsathogwas schwarzen Altären waren seine Anbeter stets darauf bedacht, die Häupter in Richtung des Berges Wormithadrid zu neigen. Sogar noch fragwürdigere Wesen als Tsathogwa schlummerten angeblich unter den erloschernen Vulkanen oder streiften auf der Suche nach Beute durch jene geheime Welt der Tiefe. Doch über diese Wesen mehr zu wissen maßte sich kaum ein Mensch an, abgesehen von sehr abenteuerlich veranlagten oder außergewöhnlich belesernen Hexern. Raleigh Bawus, der eine durch und durch moderne Verachtung für das Übernatürliche hegte, äußerte seine Zweifel auf unmissverständliche Art, sobald er mit anhörte, wie seine Weidgenossen einander diese alten Sagen ins Gedächtnis riefen. Er schwor unter vielen Derben Lästerungen, dass Götter nicht existierten, ganz egal, ob unter oder oberhalb des Berges Wormithadrid. Was die Wormis anging, so seien sie in der Tat abscheuliche Mischwesen. Doch um ihren Ursprung zu erklären, bräuchte man den festen Boden der Naturgesetze keinen Fußbreit zu verlassen. Die Wormis waren lediglich Abkömmlinge eines niederen und degenerierten Stammes von Ureinwohnern, die noch tiefer ins Tierische absinkend nach dem Vordringen der späteren und wahren Hyperborea Unterschlupf in jenen vulkanischen Fluchtburgen gesucht hätten. Einige grauhaarige Veteranen der Gesellschaft schüttelten ihre Häupter und murrten über solche Ketzereien. Doch aus Respekt vor dem hohen Rang und der Kühnheit von Raleigh Bawus wagten sie nicht, ihm offen zu widersprechen. Nach vielen Stunden waghalsiger Kletterei gelangten die Jäger in die Nähe der niedriger gelegenen Höhlen. Unter ihnen dehnte sich nun in einer gewaltigen, schwindelerregenden Aussicht die bewaldeten Höhen und anmutigen, fruchtbaren Ebenen Hyperboreas. Einsam und abgeschieden fanden sich die Männer in einer Welt aus rabenschwarzem Fels, umfangen von unzähligen Schluchten und Klüften. Direkt über ihren Köpfen, in der fast senkrecht abfallenden Felswand, gähnten drei der Höhleneingänge, die vulkanischen Dampfschloten ähnelten. Die Felswände waren zu einem großen Teil von glasglattem Obsidian überzogen und wies nur wenige Vorsprünge oder Stellen auf, die den Händen Halt boten. Es schien, als vermochten selbst die Wormies mit ihrer affenartigen Gewandtheit, diese Steilklippe kaum zu erklimmen. Und so entschied dann Raleigh Bawus, nachdem er die Steilwand mit dem Blick des erfahrenen Strategen in Augenschein genommen hatte, dass die Höhlen wohl nur von oben her zugänglich waren. Ihre Bewohner nämlich gelangten ganz offenbar durch einen Spalt, der schräg von einem Sims direkt unterhalb der Höhleneingänge bis zur Oberkante der Felswand verlief, in ihre Unterschlüpfe und wieder hinaus. Zunächst galt es jedoch, diesen oberen Klippenrand erst einmal zu erreichen. Dies allein bedeutete bereits ein schwieriges und gefahrvolles Unterfangen. Vom anderen Ende der langen Geröllhalde, auf der die Jäger standen, schlängelte sich ein Felskamin durch die Steilwand aufwärts, bis er gut zehn Meter unterhalb des Klippenrandes in eine nackte, glatte Steinfläche auslief. Ein erprobter Bergsteiger, der sich durch den Kamin bis zu dessen oberem Ende emporarbeitete, wäre von dort aus in der Lage, sein Seil mit dem Wurfhaken zur Kante der Felskuppe hinaufzuschleudern. Dass es geraten schien, einen günstigeren Standort zu beziehen, bewies ein Hagel aus Steinen und Fleischabfällen, der jetzt aus den Höhlen auf die Männer niederging. Darunter bemerkten die Jäger auch menschliche Überreste, bis aufs Gebein abgenagt und verrottet. Vom Zorn gegen die Frevler ebenso beseelt wie vom Jagdfieber, führte Raleigh Bavus seine sechsundzwanzig Gefolgsleute zum Anstieg. Er selbst hatte schon bald das obere Ende des Felskamins erreicht, wo eine schräge Kante den Füßen gerade noch Halt bot. Beim dritten Versuch griff sein Wurfhaken und er hangelte sich an dem Seil zum Klippenrand empor. Oben angelangt stand er auf einem breiten und verhältnismäßig ebenen Plateau des niedrigsten der vier Wormithadret-Kegel. Bis zum Gipfel hin ragte der Berg aber noch immer gleich einer steilen Pyramide luftige sechshundert Meter hoch über ihm auf. Das schwarze Lavagestein des Plateaus war zu zahllosen flachen Stufen und sonderbaren Absätzen aufgeworfen, gleich den Basen gigantischer Säulen. Trockene Dürre, Gräser und verdorrte Bergblumen gediehen hier und da in seichten Betten dunkler Erde und ein paar verkrüppelte oder vom Blitzschlag gezeichnete Zedern hatten im rissigen Fels Wurzeln geschlagen. Inmitten der schwarzen Bergkämme und scheinbar ganz in der Nähe kräuselte sich ein fahlweißer Rauchfaden in sonderbaren Schlangenlinien durch die reglose Mittagsluft bis in unfassbare Höhen hinauf, ehe er dem Blick entschwand. Rally Bavus folgerte daraus, dass das Plateau vom Vertreter einer Lebensform bewohnt war, die der zivilisierten Menschheit näher verwandt sein musste als die Wurmies, denen ja der Gebrauch des Feuers ganz und gar fremd war. Angesichts dieser verblüffenden Entdeckung wartete er nicht ab, bis seine Männer zu ihm stießen, sondern brach sofort auf, um die Ursache der meandernden Rauchfahne zu ergründen. Er hatte das Feuer nur wenige Schritte entfernt erwartet, gleich hinter dem ersten jener grotesken Lava-Grate. Doch darin hatte er sich augenscheinlich getäuscht, denn er erkletterte einen Felsabsatz nach dem anderen und umrundete manch sonderbare Dolmen und Dolomitgebilde, die unerklärlicherweise mal breit, mal hoch, direkt vor seiner Nase emporwuchsen, wo sein Auge noch einen Augenblick zuvor gewöhnliche Geröllbrocken gewähnt hatte. Und doch ringelte sich die fahlweiße Rauchfahne unverändert gen Himmel, ohne dass sie die ganze Zeit über auch nur um einen einzigen Finger breit näher gerückt schien. Raleigh Babous, oberster Gerichtsherr und mächtiger Jäger, fühlte sich von dem aufsässigen Benehmen des Rauchfadens verwirrt und verärgert. Auch machten die Felsen um ihn herum einen beunruhigenden und grässlich-trügerischen Eindruck. Er vergeudete zu viel Zeit mit einer müßigen Erkundung, die zum eigentlichen Vorhaben dieses Tages wenig beitrug. Doch war er nicht der Mann von einmal begonnenem abzulassen und das gesteckte Ziel aufzugeben, so nebensächlich es auch sein mochte. Er machte sich seinen Leuten, die inzwischen die Klippe erklommen haben, mussten durch Laute bemerkbar und setzte seinen Weg in Richtung des irreführenden Rauches fort. Ein- oder zweimal kam es ihm vor, als vernehme er die Antwortrufe seines Gefolges, aber nur sehr schwach und undeutlich, als tönten sie über einen endlos breiten Abgrund hinweg. Erneut rief er aus voller Lunge, doch diesmal erfolgte keine hörbare Antwort. Als er noch ein Stück weiter aufwärts gestiegen war, nahm er seitlich zwischen den Felsen ein eigenartiges Summen oder Raunen wahr, so als führten vier oder fünf verschiedene Stimmen eine Unterhaltung miteinander. Das Stimmengewirr schien viel näher zu sein als der Rauch, der in diesem Moment spurlos verschwand wie eine zerrinnende Luftspiegelung. Eine der Stimmen gehörte ganz unverkennbar einem Hyperborea. Die übrigen jedoch besaßen einen Klang und einen Akzent, den Rally Bavus trotz seiner umfangreichen Kenntnisse der Völker mit keinen noch so entlegenen Vertretern des Menschengeschlechts in Verbindung bringen konnte. Sie belästigten sein Gehör höchst unliebsam, wobei sie ihn abwechselnd an das Gesumm riesiger Insekten, an flüsternde Flammen und murmelndes Wasser und das Schleifen von Metall gemahnten. Rally Bavus stieß ein kräftiges, fast schon wütendes Grollen aus, um der zwischen den Felsen verborgenen Zusammenkunft sein Kommenkund zu tun, wen auch immer er dort vorfinden mochte. Seine Waffen und seine Ausrüstung klirrten vernehmlich, während er über einen scharfen Lavagrad hinweg in Richtung des Geraunes kletterte. Als er den Grat überwand, blickte er auf eine Szene hinab, die ebenso rätselhaft wie unerwartet für ihn war. Unter ihm stand in einer kreisrunden Mulde eine primitiv aus Findlingen und Buchsteinen gefügte Hütte, die mit Zedernzweigen gedeckt war. Vor dieser Klause brannte auf einem großen, flachen Obsidianblock ein Feuer, dessen Flammen abwechselnd blau, grün oder weiß aufloderten. Von diesem Feuer stieg die fahle, dünne Rauchspirale auf, die ihn so eigentümlich in die Irre geleitet hatte. Bei dem Feuer stand ein Greis, verhutzelt und von abstoßendem Aussehen. An seinem Leib schlackerte eine Robe, die nicht weniger alt und schäbig wirkte als er selbst. Offenbar nutzte er das Feuer nicht zur Bereitung einer Mahlzeit, und in Anbetracht der sengenden Sonne hatte es schwerlich den Anschein, als bedürfte er der Wärme, die die wunderlich gefärbten Flammen spendeten. Vergebens hielt Rally Bavus nach den übrigen Teilnehmern jener gemurmelten Unterhaltung Ausschau, die noch eben an sein Ohr gedrungen war. Stattdessen vermeinte er ein vages Geflatter, dunkler, missgeformter Schatten um den Obsidianblock herum wahrzunehmen. Doch die Schatten verblassten und lösten sich im selben Moment auf. Und da es keine Gegenstände oder Lebewesen gab, von denen die Schatten hätten stammen können, glaubte Rally Bavus, dass er einer weiteren jener höchst unliebsamen Täuschungen zum Opfer gefallen war, die in jenem Abschnitt des Berges, wo Mithadret so häufig aufzutreten schienen. Der alte Mann beobachtete den Jäger mit glühenden Blicken dabei, wie er in die Vertiefung hinabstieg, und schleuderte ihm zungenfertige, wenn auch ein wenig altertümlich ausgedrückte Verwünschungen entgegen. Im selben Augenblick begann ein eidechsen-schwänziger, rußschwarz gefiederter Vogel mit seinem gezähnten Schnabel in die Luft zu schnappen und mit seinen klauenbewährten Flügeln zu schlagen. Der Vogel schien einer nachtaktiven Unterart des Archäopteryx anzugehören. Er hockte auf einer anstößig geformten Stähle, die im Windschatten dicht neben dem Feuer stand und der Aufmerksamkeit von Rally Bavus beim ersten Hinsehen entgangen war. »Dass der Auswurf aller Teufel deinen Leib von den Zehen bis zum Scheitel bedecke,« kreischte der giftige Alte. »Oh, du teppischer polternder Tölpe! Du hast eine höchst aussichtsreiche und wichtige Beschwörung verdorben!« »Wie du hierher gelangt bist, kann ich nicht einmal im Traum erraten. Zwölf magische Täuschungskreise habe ich um diesen Ort gezogen, deren Wirksamkeit von ihren unzähligen Überschneidungen noch vervielfacht wird. Die Möglichkeit, dass irgendein Eindringling jemals zu meiner Behausung findet, war winzig klein, ja fast schon ausgeschlossen. »Verflucht sei der Zufall, der dich hierher verschlug! Denn jene, die du vertrieben hast, werden sich nicht wieder zeigen, ehe die fernen Gestirne abermals in eine ganz bestimmte, seltene, nur kurz bestehende Konjunktion eintreten. Und bis dahin büße ich ungeheures Wissen ein!« »Wie redest du zu mir, du Lump?« versetzte Rally Bavus erstaunt und erzürnt angesichts dieser Begrüßung, von der er wenig begriff, außer dass seine Gegenwart dem alten Mann unwillkommen war. »Wer bist du, dass du dich gegenüber einem Beamten des obersten Gerichtshofs von Komorium und Cousins unseres Königs Humquat derart fliegelhaft aufführst? Ich rate dir, hüte deine Zunge! Denn wenn es mir gefällt, besitze ich die Macht dazu, so mit dir umzuspringen, wie ich gewöhnlich mit den Wurmis verfahre. Doch wenn ich es recht bedenke,« fügte er hinzu, »ist dein Pelz viel zu schmutzig und verlaust, als dass ihm ein Platz unter meinen Jagdtrophäen zukäme.« »Wisse, dass ich der Zauberer Estagor bin,« verkündete der Alte, und seine Stimme halte unheildrohend von den Felsen wieder. »Aus freier Wahl lebe ich fern der Menschen und ihrer Siedlungen, und auch die Wurmis haben mich in meiner magischen Einsiedelei bisher niemals behelligt. Es schert mich nicht, ob du oberster Richter des Staates der Schweine oder ein Vetter des Königs der Köter bist. Zur Strafe für den Trugzauber, den du mir ruiniert hast, und für die Mühe, die du durch dein ungehobeltes Eindringen zunichte gemacht hast, werde ich dich einem überausschrecklichen und unheilvollen Bangelübde verpflichten.« »Aus deinen Worten spricht ein primitiver Aberglaube,« entgegnete Raleigh Bavus wieder willenbeeindruckt von dem bühnenreifen Stil, in dem Estagor seine Schmähungen vorgetragen hatte. Der alte Mann schien ihn nicht zu hören. »Vernimm denn dein Bangelübde, o Raleigh Bavus,« verkündete er mit grollender Stimme. »Dieses Bangelübde verlangt, dass du all deine Waffen von dir wirfst und die Höhlen der Wurmis unbewährt betrittst. Mit bloßen Händen sollst du dein Leben gegen die Wurmis, ihre Weiber und ihre Kinder verteidigen, um in jene geheime Grotte in den Eingeweiden des Berges, wo Mithadret vorzustoßen, weit unterhalb der Höhlen der Wurmis, dort, wo seit ältesten Äonen der Gott Tathogua haust. Du wirst Tathogua erkennen an seiner gewaltigen Fülle und seinem Fledermausartigen Pelz und der Ähnlichkeit mit einer schläfrigen, schwarzen Kröte, die ihm allzeit anhaftet. »Nie erhebt er sich von seiner Ruhestadt, auch nicht von gefräßigem Hunger getrieben, sondern erwartet in göttlicher Trägheit das Opfer. Und indem du dicht vor den göttlichen Tathogua trittst, musst du zu ihm sagen, »Ich bin das Blutopfer, das Estagor, der Zauberer, dir sendet.« »Dann, so es ihm gefällt, wird Tathogua sich an dem Opfer erlarben.« »Damit du nicht vom Wege abkommst, wird der Vogel Raph Tontis, welcher mein Familiargeist ist, dich auf deiner Reise über die Felswände und durch die Höhlen geleiten.« Der Alte vollführte eine sonderbare Geste in Richtung des nachtaktiven Archäopteryx auf der Steele mit der obszön symbolischen Form und fügte gleichsam als nachträgliche Eingebung hinzu. »Raph Tontis wird bei dir bleiben, bis dein Banngelübde erfüllt ist und deine Reise tief unterhalb des Wurmithadret ihr Ziel gefunden hat. Er kennt die Geheimnisse der Unterwelt und die Schlupfwinkel der alten Götter. Falls unser Herr und Gebieter Tathogua das Blutopfer verschmäht oder dich in seiner Großmut weiterreicht an seine Brüder, wird Raph Tontis vollkommen in der Lage sein, dich auf jedem Weg zu geleiten, den die Gottheit dir womöglich weist.« Rally Bavus war außerstande, diese mehr als unverschämte Tirade auf die Art zu beantworten, die ihr zweifellos gebührte. Tatsächlich konnte er überhaupt nichts erwidern. Es schien nämlich, als hätte ihn eine Art Kiefersperre befallen. Noch schlimmer war, dass seine Sprechlähmung zu seiner Fassungslosigkeit und seinem wachsenden Entsetzen von zwanghaften Handlungen bedenklichster Art begleitet wurde. Mit einem Gefühl albtraumhafter Unentrinnbarkeit, gepaart mit dem Grauen eines Mannes, der das Anschleichen des Wahnsinns verspürt, begann er sich wider Willen der verschiedenen Waffen zu entledigen, die er trug. Der Faustschild mit dem Stoßdorn, die Keule, das Breitschwert, das Jagdmesser, die Streitaxt und der Nadelspitze Dolch fielen klirrend vor dem Obsidianblock zu Boden. »Den Helm wie auch das Kettenhemd darfst du anbehalten,« besann sich in diesem Moment Estagor. »Andernfalls muss ich befürchten, dass du Tzathogwa nicht in jenem Zustand körperlicher Unversehrtheit erreichst, der eine Opfergabe ziemt. Die Zähne und die Krallen der Wormies sind so scharf wie ihr Hunger unersättlich.« Während er halblaut einige nicht ganz geheuer klingende Wörter vor sich hinmurmelte, wandte der Hexenmeister sich von Rally Baroos ab und begann, das dreifarbige Feuer mit einem Gemisch aus Staub und Blut zu löschen, das er aus einer flachen Messingschale schöpfte. Ohne sich zur Entbietung eines Lebewohls oder einer Geste der Verabschiedung herabzulassen, hielt er dem Jäger verächtlich den Rücken zugewandt, und er teilte dem schräg gegenüberhockenden Vogel Raph Tontis mit der linken Hand einen Wink. Diese Kreatur spreizte ihre schwärzlichen Schwingen und klapperte mit ihrem Sägezahnschnabel, ehe sie von der Stähle aufflog und Rally Baroos mit einem bernsteinfärbenen Auge bösartig anstarrte. Anschließend schwebte der Vogel, während er den langen, schlangenartigen Hals nach hinten verdrehte und das Auge wachsam auf Rally Baroos gerichtet hielt, zwischen den Lavagraten langsam auf die pyramidenförmigen Kegel des Wormithadret zu. Und Rally Baroos folgte ihm, einem Zwang gehorchend, den er ebenso wenig begreifen konnte, wie er ihm zu widerstehen vermochte. Offenkundig kannte das hellische Flugtier sämtliche Windungen jenes Labyrinths der Täuschung, mit dem Estagor seine Zuflucht umgeben hatte, denn der Jäger wurde ohne größere Umwege über den verhexten Gebirgsvorbau geleitet. Im Vorübergehen vernahm er die weit entfernten Rufe seiner Männer, doch als er zu antworten versuchte, klang seine eigene Stimme so schwach und dünn wie der Ruf einer Fledermaus. Bald fand er sich am Fuße einer Steilwand zum oberen Gebirgsabschnitt, die von Höhlenöffnungen durchsetzt war. Dies war ein Teil des Wormithadret, den er nie zuvor betreten hatte. Rav Tontis flog zur untersten Höhle empor und schwebte kreisend vor ihrem Eingang, während Rally Bavus durch eine dichte Barriere aus Knochen, scharfkantigen Feuersteinsplittern und weiteren Hinterlassenschaften unsäglicher Art, die von den Wormis entsorgt worden waren, unsicher hinter ihm herkletterte. Die rohen primitiven Wilden säumten die finsteren Löcher der Höhlen mit ihren abstoßenden Fratzen und Extremitäten und begrüßten den Jäger mit wildem Geheul und einem unerschöpflichen Bombardement aus Unrat. Rav Tontis hingegen behelligten sie nicht. Ja, es hatte sogar den Anschein, als vermieden sie tunlichst ihn mit ihren Wurfgeschossen zu treffen, obwohl dieses auf gebreiteten Schwingen vor der Höhle segelnde Flugtier ihrem Abwehrfeuer immer stärker im Wege war, je näher Rally Bavus der untersten Höhle kam. Dank dieser notdürftigen Deckung gelang es dem Jäger, die Höhle ohne ernstliche Verletzungen zu erreichen. Der Zugang war ziemlich eng und Rav Tontis flog mit klaffendem Schnabel und klatschenden Flügeln über die Wormis hinweg und zwang sie zum Rückzug ins Höhleninnere, während Rally Bavus auf dem Felsvorsprung Fuß fasste, der die Schwelle zur Höhle darstellte. Einige der Wilden hatten sich zwar mit den Gesichtern zu Boden geworfen, um Rav Tontis den Weg freizugeben, doch sobald der Vogel an ihnen vorbeigesegelt war, sprangen sie auf und griffen den Komoria, der seinem Führer in die ranzige Finsternis folgte, an. Die Wormis gingen nur halb aufrecht und ihre zottigen Schädel befanden sich auf gleicher Höhe mit den Oberschenkeln und Hüften des Jägers, während sie wie Hunde knurrten und zubissen. Und sie hieben mit hakenförmigen Krallen nach ihm, die sich fest in den Gliedern seines Kettenhemdes verfingen. Waffenlos setzte Rally Bavus sich zur Wehr, getreu seinem Banngelübde. Er schlug ihre hässlichen Fratzen mit seiner gepanzerten Faust in einer Raserei aus dem Weg, die nichts von dem Jagdfieber des Weidmanns an sich hatte, und er spürte, wie ihre in den eng geschmiedeten Maschen seines Kettenpanzers verhakten Krallen und Fänge abbrachen, wenn er sie von sich schleuderte. Doch frische Angreifer besetzten die Besiegten jedes Mal, sobald er ein weiteres Stück in die dunkle Höhle vorgedrungen war. Und die Weibchen schnappten wie zustoßende Schlangen nach seinen Beinen, und ihre Brut begeiferte seine Fußgelenke mit Mäulern, denen noch keine Reißzähne gesprossen waren. Vor sich hörte er zu seiner Orientierung den klatschenden Schwingenschlag seines Geleitvogels Raftontis und die heiseren Schreie, halb Gezisch und halb Gekrächze, die dieses Geschöpf von Zeit zu Zeit ausstieß. Aus der Finsternis wirkte ihn ein überwältigender Gestank, und seine Füße glitten bei jedem Schritt in Blut und Exkrementen aus. Immerhin konnte er sich bald sagen, dass die Wormis nicht länger auf ihn eindrangen. Die Höhle neigte sich nun abwärts, und er atmete eine von beißenden mineralischen Gerüchen durchsetzte Luft ein. Nachdem er sich eine Zeitlang durch schwarze Nacht vorangetastet und ein steiles Gefälle überwunden hatte, erreichte er eine unterirdische Halle, wo weder Tag noch Finsternis herrschte. Ihre Steingewölbe zeigten sich in einem düster, glühenden Lichtschein, wie ihn verborgene Monde verbreiten mochten. Von hier aus geleitete Raftontis ihn weiter durch abschüssige Grotten und über schmale Ränder tödlicher Schlünde immer tiefer hinab in die Unterwelt des Berges Wormitha dritt. Überall herrschte dieser trübe, unnatürliche Schein, dessen Ursprung nicht zu ergründen war. Schwingen weit größer als Fledermausflügel rauschten hoch über dem Jäger dahin, und zuweilen erspähte er in den verschatteten Kavernen gewaltige, furchteinflößende Körpermassen, die jenen Riesengeschöpfen und gigantischen Reptilien glichen, deren Gestampfe in Urzeitaltern die Erdkruste hatten erweben lassen. Doch wegen der herrschenden Düsternis vermochte er nicht zu entscheiden, ob es sich um lebendige Wesen oder um bloße Auswüchse des Gesteins handelte. Mächtig war der Zwang, den das Bann-Gelübde auf Raleigh-Bawous ausübte. Benommenheit hatte von seinem Geistbesitz ergriffen, und er empfand nur noch stumpfe Furcht und betäubtes Staunen. Es schien, als gehörten und gehorchten sein Wille und seine Gedanken nicht mehr ihm selbst, sondern etwas Fremdem. Tiefer und immer tiefer stieg er irgendeinem unbekannten und vorgezeichneten Ende entgegen, auf einem Pfad, der dunkel war und dennoch vorausbestimmt. Schließlich hielt der Vogel Ravtontis inne in seinem Flug und schwebte bedeutsam kreisend inmitten einer Höhle, die sich von den übrigen durch ein besonders miasmisches Gemisch übler Gerüche abhob. Zunächst glaubte Raleigh-Bawous, die Höhle sei leer. Als er auf Ravtontis zuschritt, gerieten ihm einige verschrumpelte Überreste zwischen die Füße, bei denen es sich offenbar um von Haut überspannte Skelette sowohl menschlicher wie auch tierischer Herkunft handelte. Und als er dann dem starren, glimmenden, kohlengleichen Blick des höllischen Vogels folgte, erspähte er in einer finsteren Felsnische die unförmige Silhouette einer kauernden, gestaltlosen Körpermasse. Als er näher kam, regte sich die Masse leicht und streckte mit unendlicher Trägheit einen gewaltigen, krötenartigen Schädel vor. Und in dem Schädel öffneten sich einen Spalt breit die Augen, als wäre er halb erwacht aus tiefem Schlaf, sodass sie wie zwei Schlitze triefenden Phosphors in dem schwarzen, stirnlosen Antlitz erschienen. Über all den Ausdünstungen, die seine Nase beleidigten, nahm Rally Bawus den gestankfrischen Blutes wahr, und das Grauen befiel ihn. Denn als er zu Boden blickte, sah er vor dem schattenumwobenen Monster die schlaffe, dürre Hülle eines Dinges liegen, das weder Mensch noch Wurmi oder Tier gewesen war. Zögernd verharrte er voller Angst, weiter vorzutreten und dabei gleichermaßen unfähig zu fliehen. Doch verwarnt von einem wütenden Zischen des Archäopteryx, dem ein messerscharfer Schnabelhieb zwischen seine Schulterblätter Nachdruck verlieh, trat Rally Bawus weiter vor, bis er die flaumige dunkle Behaarung auf dem ruhenden Leib und dem schläfrig vorgereckten Schädel erkennen konnte. Von abermaligem Grauen und einem Gefühl unentrinnbarer Verdammnis erfüllt, hörte er seine eigene Stimme ohne sein Zutun verkünden, »O göttlicher Tsathogwa, ich bin das Blutopfer, das Estagor, der Zauberer, dir sendet!« Es erfolgte eine träge Neigung des krötenartigen Hauptes. Die Augenschlitze öffneten sich ein wenig weiter, und ein Glutschein sickerte aus ihnen in zähen Rinnsalen auf die runzligen Unterlider. Danach glaubte Rally Bawus, ein tiefes, grollendes Geräusch zu vernehmen, doch er wusste nicht, ob es die staubige Luft ausfüllte oder nur das Innere seines eigenen Schädels. Zugleich gerann das Geräusch, wenn auch unvollkommen, zu Silben und zu Wörtern. Dank sei Estagor für diese Opfergabe. Doch da ich mich just an einem blutreichen Opfer gesättigt habe, ist mein Hunger vorerst gestillt. Somit bedarf ich des Opfers nicht mehr. Aber vielleicht verspüren statt meiner andere aus der Familie der Alten Durst oder Hunger. Und da du unter einem Bann gelübte hierher kamst, ziemt es sich nicht, dass du ohne die Auferlegung eines Neuen von hinnen ziehst. Daher belege ich dich mit dem Bann, dass du abwärts durch die Höhlen dich zu begeben gelobst, bis du nach einem langen Abstieg jenen bodenlosen Schlund erreichst, über den der Spinnengott Adlach nachher seine ewigen Netze webt. Und dort sollst du zu Adlach nachher sprechen wie folgt. Ich bin das Geschenk, das Tzathogwa dir sendet. Und so schied Ralibavus vom Angesicht Tzathogwas und schlug unter Ravtontis Geleit einen anderen Weg ein als jenen, der ihn vor den Krötengott geführt hatte. Immer steiler, immer abschüssiger wurde der Pfad. Er verlief durch gewaltige Höhlen, die sich weiter erstreckten als Blicke reichen, und an Abgründen und Schlünden entlang, die Lothrecht in unermessliche Tiefen zu dem schwarzen trägen Gewoge und schläfrigen Geraune unterirdischer Meere abstürzten. Schließlich kreiste der Nachtvogel reglos mit waagrecht gespreizten Schwingen und herabhängendem Schwanz über der Kante einer Kluft, deren entgegengesetzte Seite unsichtbar in der Finsternis verborgen lag. Ralibavus trat dicht an die Kante heran und sah, dass daran in Abständen große Netze klebten, deren vielfache Überschneidungen und Verknüpfungen grauer, seilstarker Fäden den Schlund überspannten. Eine andere Überbrückung des Abgrundes gab es nicht. Weit draußen auf einem der Netze machte Ralibavus einen dunklen Umriss aus, groß wie ein geduckter Mensch, doch mit langen, spinnenartigen Gliedmaßen. Und als wäre er in einem Albtraum gefangen, hörte er seine eigene Stimme laut ausrufen, »O Adlachnacher, ich bin das Geschenk, das Tzathogwa dir sendet!« Das finstere Etwas eilte mit unglaublicher Geschwindigkeit auf Ralibavus zu. Als es nahe genug herangekommen war, erkannte er, dass der gedrungene, ebenholzschwarze Leib ein Gesicht aufwies, das tief zwischen den von mehreren Gelenken unterteilten Beinen saß. Dieses Gesicht starrte mit einem eigenartigen, zugleich zweifelnden und fragenden Ausdruck zu ihm hoch, und Grauen kroch dem kühnen Jäger bis ins Mark, als ihn der Blick der kleinen, tückischen Augen traf, die von Borsten umsprossen waren. Dünn, schrill und spitz wie ein Stachel drang die Stimme des Spinnengottes Adlachnacher in sein Ohr. »Meinen ergebensten Dank für dieses Geschenk! Doch weil außer mir selbst niemand jenen Abgrund mit einer Brücke zu überspannen vermag, und weil die Vollendung dieser Aufgabe einer Ewigkeit bedarf, ist meine Zeit zu kostbar, um dich erst mühselig aus diesem sonderbaren metallenen Schuppenkleid zu schälen. Doch könnte es sein, dass der vormenschliche Hexenmeister Haondor, der jenseits dieser Kluft in seinem aus urzeitlichen Zaubern errichteten Palast residiert, irgendeine Verwendung für dich findet. Die Brücke, die ich eben vollendet habe, verläuft zu der Schwelle seines Palastes, und dein Gewicht soll dazu dienen, die Festigkeit meiner Spinnweben zu erproben. So geh denn hin unter dem Bangelübde, dass du die Brücke überquerst, vor Haondor hintrittst und sagst, Adlachnara schickt mich zu dir. Dies gesagt, stieg der Spinnengott aus seinem Netz und eilte am Rande des Schlundes entlang rasch außer Sicht, zweifellos in der Absicht, an einer weiter entfernten Stelle mit dem Weben einer weiteren Brücke zu beginnen. Obwohl das dritte Bangelübde schwer und zwingend auf ihm lastete, folgte Rally bewust dem Vogel Raph Tontis nicht allzu willig über jene nachtdunklen Tiefen. Doch die Spinnfäden Adlachnachers erwiesen sich unter seinen Füßen als fest. Sie gaben nur ein wenig nach und gerieten leicht ins Schwanken. Weiter unten in unauslotbarer Tiefe zwischen den Maschen des Netzes hindurch vermeinte er vage den Schwingenschlag von Drachen mit Klauen an den Flügelspitzen zu erkennen. Und als brodelte die Finsternis, wurden immer wieder schreckliche, unbeschreibliche Formen sichtbar, die von einem Augenblick zum anderen auftauchten und wieder versanken. Bald jedoch gelangten Rally Bavus und sein Führer zum gegenüberliegenden Rand des Schlundes, wo das Netz Adlachnachers mit der untersten Stufe einer mächtigen Treppe verbunden war. Die Treppe wurde von einer eingerollten, gefleckten Schlange bewacht, deren Sprenkel so groß wie Rundschilde waren und deren Leib an der dicksten Stelle mehr Umfang besaß als der Körper eines starken Kriegers. Die Hornringe am Schwanzende der Schlange klapperten wie eine Rassel und sie ließ einen bedrohlichen Schädel vorschnellen, dessen Giftzähne so lang und krumm waren wie Sichel klingen. Doch als es Raphtontis erblickte, gab das Reptil den Weg frei und erlaubte Raleigh-Bavus, die Stufen empor zu steigen. So betrat der Jäger, sein drittes Banngelübde erfüllend, den tausendsäuligen Palast des Haon-Dor. Absonderlich und schweigend waren die aus dem grauen Fundamentgestein der Erde gemeißelten Hallen. Darin wogten gesichtslose Gebilde aus Rauch und Nebel, rastlos zwischen Steinfiguren, die ungeheuer mit tausenderlei Köpfen darstellten. Tropfenden Nachtgestirnen gleich glommen hoch oben unter den Gewölbedecken Lampen mit abwärts weisenden Flammen, als brenne dort Frost oder Fels. Ein eisiger Geist des Bösen, weit älter, als der Mensch zu begreifen vermag, herrschte in diesen Hallen, und Grauen und Furcht durchkrochen sie wie unsichtbare aus dem Schlaf geweckte Schlangen. Durch diese labyrinthischen Fluchten flog Graf Tontis mit einer Sicherheit, als wäre er mit jeder ihrer Windungen vertraut, und geleitete Rally Bavus in ein hohes, kreisrundes Gelass, dessen Wände nur von der Pforte durchbrochen waren, die ihm den Zutritt gewährte. Der Saal enthielt keinerlei Einrichtung, mit Ausnahme eines fünfsäuligen Thrones, der ohne eine Treppe oder sonstige Möglichkeit, ihn zu ersteigen, so hoch emporwuchs, dass er nur für ein geflügeltes Wesen erreichbar schien. Und doch saß eine Gestalt auf jenem Thron. Sie war in dichte, schwarze Dunkelheit gehüllt, und ihr Haupt und ihr Antlitz lagen verborgen unter einer Kapuze aus grässlichen Schatten. Der Vogel Raph Tontis schwebte unheilvoll in der Luft vor jenem Säulenthron, und verwundert hörte Rally Bavus eine Stimme sagen, »O Hau und Ohr, Adlach nachher schickt mich zu dir!« Und erst als die Stimme das letzte Wort gesprochen hatte, erkannte er sie als seine eigene wieder. Lange Zeit herrschte eine Stille, die unantastbar schien. Keine Regung durchlief die hochthronende Gestalt. Doch Rally Bavus, der angstvoll zu den Wänden hinspäte, die ihn umschlossen, beobachtete, wie auf ihrer zuvor glatten Oberfläche ein Relief aus Tausenden von Gesichtern hervortrat, die so schief und verzerrt waren wie die Fratzen vom Irrsinn befallener Dämonen. Die höllischen Masken schnellten auf Helsen nach vorn, die länger und länger wurden, und hinter den Helsen wuchsen Zoll für Zoll mißgebildete Schultern und Leiber aus dem Gestein und regten sich dem Jäger entgegen. Und auch der Boden unter seinen Füßen pflasterte sich mit Gesichtern, die sich ratlos drehten und herumwarfen und ihre höllischen Münder und Augen immer weiter aufrissen. Schließlich sprach die verhüllte Gestalt, und obwohl die Worte keiner menschlichen Sprache entstammten, kam es dem Angeredeten vor, als verstünde er dunkel ihren Sinn. Mein Dank sei Adlachnacher für diese Zuweisung, und wenn ich zu zögern scheine, so doch nur deshalb, weil ich mich im Zweifel darüber befinde, was mit dir anzufangen ist. Meine Familiargeister, welche die Wände und den Boden dieses Saales bevölkern, würden dich nur allzu gern verschlingen, doch viele dann für jeden von ihnen nur ein unbedeutender Happen ab. Wohl erwogen halte ich es daher für das Beste, wenn ich dich zu meinen Bundesgenossen, den Schlangenleuten, schicke. Die Schlangenleute sind Wissenschaftler von Rang, und vielleicht gibst du eine besondere Zutat ab, die ihren chemischen Experimenten dienlich ist. Wisse hiermit, dass ich dich einem Banngelübde verpflichte und begib dich hinab zu den Höhlen, wo das Schlangenvolk lebt. In Befolgung dieses Befehls stieg Rallibavus hinab durch die finsteren Abgründe jener urzeitlichen Unterwelt weit tiefer noch gelegen als der Palast des Hauendor. Ravtontis Führung ließ ihn nie im Stich, und bald gelangte er zu den ausgedehnten Grotten, wo die Schlangenleute sich ihren vielfältigen Aufgaben widmeten. Sie bewegten sich in aufrechter Haltung, geschmeidig schlängelnd auf Gliedmaßen nach Art der Säugetier vorfahren, indem sie ihre herrlosen, geschickten Leiber biegsam krümmten. Während sie hin und her glitten, erfüllte das beständige Geräusch gezischter chemischer Formeln die Luft. Einige von ihnen schmolzen die schwarzen aus der Tiefe gewonnenen Erze, andere bliesen flüssigen Obsidian zu Fiolen und Retorten. Wieder andere wogen und maßen chemische Zutaten ab, und die nächsten kosteten seltsame Flüssigkeiten und sonderbare Galertmassen. Derart vertieft waren die Schlangenleute in ihr tun, dass keiner von ihnen die Ankunft von Rally Bavus und seinem Führer zu bemerken schien. Erst als der Jäger die ihm von Haon Dor anbefohlene Botschaft etliche Male hergesagt hatte, nahm endlich eines der aufrecht wandelnden Reptilien seine Anwesenheit wahr. Dieses Wesen beäugte ihn mit kalter, jedoch höchst beunruhigender Neugier und stieß dann ein weithin vernehmbares Zischen aus, das sämtlichen Lärm übertönte, den die allgegenwärtigen Arbeiten und die Gespräche verursachten. Die übrigen Schlangenleute stellten ihre Geschäfte augenblicklich ein und begannen sich um Rally Bavus zu scharen. Nach dem Tonfall ihrer Zischlaute zu urteilen, schien unter ihnen eine hitzige Debatte entbrannt. Einige von ihnen schlängelten sich dicht an den Komorier heran, befühlten sein Gesicht und seine Hände mit ihren kühlen Schuppenfingern und spähten neugierig unter seine Rüstung. Er spürte, dass sie seine Anatomie mit methodischer Genauigkeit erforschten. Zugleich bemerkte er, dass sie Raphontis, der sich auf einem großen Destillierkolben niedergelassen hatte, keinerlei Beachtung schenkten. Nach einer Weile eilten einige der Chemiker davon. Als sie gleich darauf zurückkehrten, trugen sie gemeinsam zwei große Glasgefäße, in denen eine klare Flüssigkeit schwappte. In einem der Gefäße schwamm aufrecht ein ausgewachsener männlicher Wurmy. In dem zweiten trieb ein stattliches und ebenso vollendetes Exemplar hyperboreischer Männlichkeit, das durchaus eine allgemeine Ähnlichkeit mit Raleigh Bawus selbst aufwies. Die Träger dieser beiden Musterstücke stellten ihre Lasten neben dem Jäger ab und anschließend hielt jeder von ihnen einen Vortrag, bei dem es sich zweifellos um eine gelehrte Ausführung über vergleichende Biologie handelte. Diese Reihe von Vorlesungen war im Gegensatz zu vielen anderen ihrer Art recht kurz. Zum Schluss kehrten die Reptilienchemiker zu ihren verschiedenen Arbeiten zurück und die Glasgefäße wurden fortgeräumt. Dann sprach einer der Wissenschaftler in einer hinlänglich verstehbaren, wenn auch arg gezischelten Annäherung an die menschliche Sprache zu Raleigh Es war aufmerksam von Houndor dich hierher zu schicken. Doch wie du gesehen hast, besitzen wir bereits ein Exemplar deiner Spezies. Auch haben wir in der Vergangenheit weitere derartige Exemplare bis ins kleinste Detail zergliedert und alles in Erfahrung gebracht, was es über diese überaus plumpe und abnormale Lebensform zu wissen gibt. Da unsere chemischen Forschungen zudem fast ausschließlich auf die Entwicklung hochwirksamer Giftmittel abzielen, können wir in den überaus gewöhnlichen Substanzen, aus denen dein Körper besteht, keinerlei Nutzen für unsere Experimente und unsere Erzeugnisse entdecken. Sie sind ohne pharmazeutischen Wert. Außerdem haben wir den Verzehr unreiner Naturnahrungsmittel seit Langem aufgegeben und beschränken uns seither auf synthetische Ernährungsarten. Somit besteht, wie du wohl begreifst, für dich kein Bedarf in unserer Ökonomie. Doch vielleicht gelingt es, den Urformen dich irgendwie zu verwerten. Zumindest wirst du etwas Neues für sie darstellen, da bislang kein Beispiel für den gegenwärtigen Stand der menschlichen Evolution bis zu ihrer Ebene hinabdrang. Daher setzen wir dich unter jene höchst wirksame und gebieterische Art der Hypnose, die im Hexer-Jargon als Bangelübde bekannt ist. Und unter solch hypnotischem Befehl wirst du zu der Höhlenwelt der Urformen hinabsteigen. Die Region, in die der oberste Richter von Komorium nun hinabgeführt wurde, lag in einiger Entfernung unterhalb der Laboratorien des Schlangenvolks. Die Luft der Schluchten und Grotten auf seinem Weg wurde merklich wärmer und zunehmend feucht und dunstig wie die Atmosphäre eines tropischen Sumpfes. Ein urtümliches Zwielicht, wie es vor der Erschaffung jedweder Sonne gedämmert haben mochte, schien alles und jedes einzuhüllen und zu durchtränken. Überall um ihn herum zeigten sich dem Jäger in diesem milchigen Licht die Gesteinsformationen sowie das tierische und pflanzliche Leben einer urtümlich primitiven Welt. Diese Formen waren allesamt verschwommen, ungewiss schwankend und setzten sich aus lose verbundenen Grundstoffen zusammen. Selbst in diesem bizarren und mehr als zweifelhaften Unterweltbezirk wirkte Raftontis vollkommen zu Hause. Er flog inmitten der undeutlichen Pflanzen und wolkig anmutenden Felsblöcke voran, als bereitete es ihm keinerlei Schwierigkeiten sich zurechtzufinden. Doch Raleigh Bawus begann trotz des Zauberbahns, der ihn wachhielt und vorwärts trieb, eine Erschöpfung zu verspüren, was angesichts seiner langen und heldenhaften Reise keineswegs überraschte. Auch plagte er sich sehr mit der Nachgiebigkeit des grasbewachsenen Bodens, der bei jedem Schritt unter ihm einsank wie ein schlammiger Morast und in alarmierendem Ausmaß der materiellen Festigkeit zu entbehren schien. Kurz darauf bemerkte er zu seiner noch tieferen Bestürzung, dass er die Aufmerksamkeit eines riesigen nebelhaften Ungeheuers auf sich gezogen hatte, dessen Umrisse grob an einen Tyrannosaurier erinnerten. Diese Kreatur jagte ihm durch die urzeitlichen Farne und Moosgewächse hinterher. Als sie ihn mit fünf oder sechs Sätzen eingeholt hatte, verschlang sie ihn ebenso hastig, wie wohl ein Raubsaurier späterer Tage seine Beute hinuntergewirkt hätte. Zum Glück blieb die Einverleibung vorübergehend, denn das Körpergewebe des Tyrannosauriers war, ob schon nicht allzu durchscheinend, mehr von astraler als von materieller Beschaffenheit, und Raleigh Bawus, der sich nach Kräften gegen die Gefangenschaft im Saurierschlund sträubte, spürte, wie die dunklen Wände um ihn nachgaben und purzelte zwischen die Grashalme hinaus. Nach dem dritten Versuch, ihn zu vertilgen, gelangte das Ungeheuer endlich zu der Erkenntnis, dass er wohl nicht essbar sei. Es drehte sich um und entfernte sich mit gewaltigen Sprüngen auf der Suche nach Nahrung auf einer Stofflichkeitsstufe, die mehr seiner eigenen entsprach. Raleigh Bawus hingegen setzte seine Reise durch die Höhlenwelt der Urformen fort, eine Reise, die oft von den kulinarischen Absichten primitiver, vom Hunger nebelhafter Mägen angetriebener Allosaurier, Pterodactyle, Pteranodonne, Stegosaurier und anderer Fleischfresser der Urzeit verzögert wurde. Schließlich mit einem Zusammenstoß mit einem überaus hartnäckigen Megalosaurus erblickte er vor sich zwei Wesenheiten von grob menschenähnlicher Gestalt. Ihre riesenhaften Körper besaßen beinahe Kugelform und sie schienen mehr zu gleiten als zu gehen. Ihre Gesichter obschon schattenhaft bis zur Halbfertigkeit schienen Abscheu und Feindseligkeit auszudrücken. Sie kamen nahe an den Komoria heran und er begriff, dass eines der beiden Geschöpfe ihn anredete. Die Sprache, die es gebrauchte, bestand hauptsächlich aus einer Anhäufung primitiver Vokallaute. So kam die Botschaft schwer verständlich, aber nur desto unverblümter zum Ausdruck. Wer die Urbilder der Menschheit sind bestürzt über den Anblick einer derart groben und abscheulich verzerrten Nachäffung der edlen Originalgestalt. Erfüllt von Schmerz und Entrüstung weisen wir dich von uns. Dein Aufenthalt an diesem Ort stellt ein unverantwortliches Eindringen dar, und es ist offenkundig, dass du dieser Welt sogar durch unsere gefräßigsten Saurier nicht einverleibt und anverwandelt werden kannst. Daher erlegen wir dir ein Bann Gelübde auf. Entferne dich schnellstens aus der Höhlenwelt der Urformen und begib dich zu dem schleimigen Schlund, worin Abos, Vater und Mutter der kosmischen Unreinheit auf ewig seinen abstoßenden Auswurf gebiert. Wir sind überzeugt, dass du nur Abos alleinwürdig bist, der dich vielleicht mit seinen eigenen Ausgeburten verwechseln und seiner Gewohnheit gemäß auffressen wird. Der zu Tode erschöpfte Jäger wurde vom nimmermüden Raph Tontis zu einer tiefen Grotte auf derselben Ebene wie die Höhlenwelt der Urformen geführt. Möglicherweise handelte es sich um eine Art Fortsetzung derselben. Jedenfalls war dort der Boden weitaus fester, wenn auch die Luft trüber erschien. So hätte Raleigh Bawus vielleicht ein wenig von seiner gewohnten Gelassenheit zurückgewonnen, wären nicht die wieder natürlichen und abstoßenden Geschöpfe gewesen, auf die er kurz darauf stieß. Er begegnete Abnormitäten, die er höchstens mit einbeinigen Kröten vergleichen konnte und tausend schwänzigen Riesenwürmern und missgebildeten Eidechsen. Sie hopsten und krochen in endloser Prozession durch die Dunkelheit. Die abscheuliche Vielfalt äußerer Erscheinungsformen, die sie widerspiegelten, war schier unerschöpflich. Im Gegensatz zu den Urformen waren sie aus nur allzu fester Materie geschaffen und Raleigh Bawus fühlte sich von der ständigen Notwendigkeit, sie von seinen Schienbeinen wegzutreten, ermüdet und angewidert. Immerhin verschaffte es ihm ein wenig Erleichterung, als er bemerkte, dass diese erbärmlichen Missgestalten an Größe immer mehr verloren, je weiter er vordrang. Das Halbdunkel um ihn herum war geschwängert von heißen, ekelhaften Dampfschwaden, die einen schleimigen Niederschlag auf seinem Kettenhemd und der bloßen Haut seines Gesichts und seiner Hände bildeten. Mit jedem Atemzug sog er einen unvorstellbar widerwärtigen Geruch ein. Das glitschige Gefleuch unter seinen Sohlen ließ ihn stolpern und ausgleiten. Dann erkannte er in dem dampfigen Zwielicht, das Raphtontis anhielt, und unterhalb des höllischen Vogels erspähte er einen Pfuhl mit einem Saum aus Unrat, der mit obszönen organischen Abfällen durchsetzt war. Und in dem Pfuhl erblickte er eine grässliche graufarbene Masse, die diesen fast bis zum Rand ausfüllte. Wie es schien, lag hier der Urquell all der Abnormitäten und Abscheulichkeiten, denn die graue Masse pulsierte und bebte und blähte sich ohne Pause, und dabei leichte sie in tausendfacher Selbstteilung die Missgestalten ab, die in allen Richtungen durch die Grotte fleuchten. Hier wurden Dinge wahr wie rumpflose Beine oder Arme, die durch den Schleim paddelten, oder kullernde Köpfe oder robbende Wänste mit Fischflossen und alle möglichen und unmöglichen monströsen Fehlschöpfungen. Je weiter sie sich aus der Umgebung Aboths entfernten, desto mehr gewannen sie an Größe, und was davon nicht schnell genug festen Boden erreichte, nachdem es sich aus Aboth gelöst wurde von Mäulern verschlungen, die sich in der elterlichen Gebärmasse auftaten. In seiner Entkräftung vermochte Raleigh Barwus weder einen Gedanken zu fassen noch Grauen zu empfinden. Andernfalls hätte er unerträgliche Beschämung gefühlt, angesichts der Gewissheit, dass dies die natürliche Endbestimmung darstellte, welche den Urformen für etwas wie ihn eingefallen war. Eine todesähnliche Stumpfheit lähmte all seine Kräfte und an sein Ohr drang eine Stimme, die scheinbar aus weiter Ferne und hoch über ihm erklang und die Aboth den Grund seines Kommens kundtat. Aber er erkannte nicht, dass diese Stimme ihm selbst gehörte. Kein Laut gab ihm Antwort, doch aus der klumpigen Masse erwuchs eine Ausstülpung, die sich zu der Stelle vorstreckte und dehnte, wo Raleigh Barwus am Rande des zu einer platten schwimmhäutigen Hand, weich und schleimig, die den Jäger befühlte und langsam von Kopf bis Fuß über seinen Körper glitt. Als sie damit fertig war, schien das Gebilde seine Bestimmung erfüllt zu haben, denn es fiel rasch von Aboth ab und schlängelte sich mit dem übrigen Gezücht wie ein großer Wurm hinfort in die Finsternis. Noch immer abwartend verspürte Raleigh überwus im Geiste ein Gefühl wie vom Klang einer Sprache ohne Wörter oder Töne und in menschliche Begriffe übertragen ergab sich etwa folgender Sinn. Ich, der ich Aboth bin, gleich an Alter den Ältesten der Götter, befinde, dass die Urformen einen fragwürdigen Geschmack beweisen, indem sie dich mir anempfehlen. Nach sorgfältiger Prüfung anerkenne ich dich nicht als einen meiner Verwandten oder Abkömmlinge, wenn gleich ich zugeben muss, dass ich mich anfangs von gewissen biologischen Ähnlichkeiten beinahe hätte täuschen lassen. Ich habe keinerlei Erfahrung mit deines Gleichen und gedenke nicht meine Verdauung durch unerprobte Kost zu gefährden. Wer du bist oder woher du kommst entzieht sich meiner Mutmaßung. Ebenso wenig weiß ich den Urformen Dank dafür, dass sie mein philosophisches und beschauliches Dasein ständiger Fortsetzung durch ein derartig verdrießliches Problem stören, wie du es darstellst. Hebe dich hinweg, ich beschwöre dich inständig. Es existiert eine öde und trostloser Vorhölle, bekannt als die Außenwelt, von der ich dunkel vernommen habe, und ich meine, dies könnte deiner Verwandtschaft ein würdiges Ziel vorgeben. Daher stelle ich dich unter ein hoch dringliches Bann Gelübde. Gehe hin und suche diese Außenwelt auf, so schnell du nur vermagst. Offenbar erkannte Raph Tontes, dass es die Körperkräfte seines Schutzbefohlenen überstieg, das siebte Bann Gelübde ohne eine Erholungspause zu erfüllen. Er geleitete den Jäger zu einem der zahlreichen Ausgänge der Höhle, worin Abboth hauste, zu einem Ausgang, der in vollkommen unbekannte Regionen führte, gegenüber der Höhlenwelt der Urformen. Dort wies der Vogel mittels nachdrücklicher Schläge seiner Flügel und Gesten seines Schnabels auf eine Nische im Felsgestein hin, die einem schmalen Alkofen ähnelte. Der Unterschlupf war trocken und durchaus nicht unbequem als Schlaflager, und Rally Bavus froh, dass er sich endlich niederlegen konnte, ward von des Schlafes schwarzer Woge hin fortgetragen, kaum, dass er die Lieder über den Augen schloss. Raph Tontis hingegen hielt vor dem Alkofen Wacht und wehrte durch Schnabelhiebe Abboths umherziehendes Gezücht ab, wann immer es sich an den Schläfer heranpirschen wollte. Da es in jener unterirdischen Welt weder Tag gab noch Nacht, ließ sich die Dauer des Vergessens das Rally Bavous genoss mit der üblichen Methode der Zeiteinteilung nicht bemessen. Er wurde von lautem Flügel Klatschen geweckt und er blickte den Vogel Raph Tontis neben sich, der ein abstoßendes Objekt im Schnabel hielt, dessen Gestalt am ersten an einen Fisch gemahnte. Wo oder wie Raph Tontis diese Kreatur während seiner ununterbrochenen Wache gefangen hatte, warf ungute Fragen auf, aber Rally Bavous hatte schon zu lange gehungert, um wählerisch zu sein. Ohne Umstände nahm er die dagebotene Mahlzeit an und schlang sie hinab. Anschließend setzte er gemäß dem Bann Gelübde, das ihm auferlegt war, seinen Rückweg zur Außenwelt fort. Die von Raph Tontis gewählte Route war vermutlich eine Abkürzung. Auf jeden Fall verlief sie fernab der diesigen Höhlenwelt der Urformen, wie auch der Alchemisten Küchen, worin die Schlangenleute ihren vertrackten Forschungen und toxikologischen Versuchen nachgingen. Auch der Palast des Haon Dor lag abseits dieser Strecke. Doch nach einer langen und erschöpfenden Kletterpartie durch eine Region Körger Felshänge und über ein unterirdisches Plateau hinweg gelangte der Reisende abermals zu dem Rand jenes endlos weiten bodenlosen Schlundes, der lediglich von den Netzen des Spinnengottes Adlach Nacher überspannt war. Bereits seit einiger Zeit hatte Rally Bavus seine Schritte beschleunigt und zwar aufgrund einiger Ausgeburten des Aboth die ihm von Beginn an gefolgt und nach der Art dieses Gezüchts ständig gewachsen waren bis sie nun die Größe junger Tiger oder Bären besaßen. Doch als er die nächstgelegene von Adlach nachher gesponnene Brücke erreichte sah er dass ein schwerfälliges Wesen das einem Faultier ähnelte und das vor ihm angekommen war bereit damit begonnen hatte sie zu überschreiten Die Kehrseite dieser Kreatur war gespickt mit feindseligen Augen so dass Rally Bavus vorübergehend im Zweifel bezüglich der Richtung war in die das Wesen sich bewegte Darauf bedacht den rückwärtigen Krallen an den Hinterläufen des Monsters nicht zu nahe zu kommen wartete er ab bis die Finsternis es verschluckte doch inzwischen hing ihm die übrige Brut des Aboth dicht an den Fersen Raph Tontis schwebte bereits unter mahnendem Gekrächze vor Rally Bavus über dem riesenhaften Netz und auch das Näherkommen der geifernden Schnauzen der dunklen Abnormitäten spornte den Flüchtenden zu hektischer Eile an in seiner Hast übersah er dass das Netz beschädigt worden war und das faultierhafte ungeheuer einige der Fäden mit seinem Körpergewicht gedehnt und zum Teil sogar zerrissen hatte als er in Sichtweite der gegenüberliegenden Kante des Schlundes gelangte dachte er nur noch an eines sie zu erreichen er verdoppelte sein Tempo an diesem Punkt aber gab das Netz unter ihm nach Rally Bavus fasste verzweifelt nach den durchtrennten baumelnden Strängen doch vermochte er seinen Sturz nicht mehr aufzuhalten einige Fadenstücke von Atlach Nachas Spinnenwerk zwischen den gekrümmten Fingern wurde er in jenen Abgrund hinab geschleudert den noch kein Sterblicher jemals aus freien Stücken hat ergründen wollen damit unglücklicherweise war ein Notfall eingetreten gegen den die Vorsehung des siebten Bann Gelübdes leider keine Absicherung getroffen hatte Das ist ein das ist ein das ist das das ist Untertitelung des ZDF, 2020